So, der Zeiger hat sein Ziel fast erreicht. Und? Es ist rein gar nichts passiert. Da hätte ich jetzt vielleicht... Hm. Nee, das ist zu verstehen, das bringt ja auch nichts weiter. Okay, ich habe jetzt mal ein bisschen rumprobiert, um euch mal jetzt das ganze Zeug zu ersparen. Bin auf das hier gekommen. Ich ziehe am rechten Gesicht. Ich tippe einfach mal auf die Glocke. Et voilà. Und er legt etwas auf den Tisch. Er winkt uns noch ganz schürflich. Okay, das hat mich gerade fast anderthalb Stunden gekostet, um das rauszukriegen. Egal. So. Wir haben den Speicherschlüssel. Jetzt können wir nach oben gehen. Und den Speicher öffnen. Macht es automatisch. Nichts zu machen. Natürlich nicht. Also machen wir es selber. Jetzt sind wir oben auf dem Speicher, wo wir ja im ersten Teil auch waren. Mit Mama. Das klein Hansi waren sie. Reden wir mal mit ihm. Mammut. Mein Leben ist zu Ende. Das dürfen Sie nicht sagen, Hans. Wachen Sie auf. Hören Sie. Wachen Sie auf, Hans. Glauben Sie, die Automaten wurden erschaffen, um uns im richtigen Moment zu helfen? Oh ja. Sicher doch. Der hier heißt Oskar. Ich habe ihn erschaffen. Ich weiß. Oskar kenne ich gut. Er ist ein alter Freund. Ich mag ihn sehr. Ja. Ich weiß. Oskar macht sich ihretwegen Sorgen. Hans. Sie müssen ihm das Herz für mich öffnen. Sind Sie dazu imstande, Kate? Ich verstehe nicht, Hans. Sie müssen jetzt aufwachen und mitkommen. Hans? Hm. Ein Vergleich einer der wohl traurigsten Szenen im ganzen Spiel. Beiden spielen. Da ich damals auch einmal aufgehört zu spielen, wenn ich gesagt habe, nee. Ist nicht. Aber dazu gleich mehr. Nach dieser Szene wäre ich dann nämlich auch Schluss machen. Ich weiß nicht mehr weiter. Ja. Gut. Sehr gut. Tuck tuck. Ja. Die Information, die wir gerade bekommen haben, die klingt belanglos, aber... ist sie leider nicht. Was war das eigentlich mit diesem komischen Traumfänger hier auf sich? Ja. Pünktlich um 19.15 Uhr. Achso. Hier können wir die ganzen... Erinnerungen... Eine Hütte. Eine Art Jagdhütte. Ich habe ganz frische Spuren gefunden. Kate Walker muss kürzlich hier gewesen sein. Vor nur wenigen Tagen. Sie muss geangelt haben. Sicher, um sich zu ernähren. Ich habe Köder gefunden. Kentin, Sie gehen mir auf die Nerven. Was interessieren mich Ihre blöden Indizien? Ich will die Frau. Verstehen Sie? Kentin, ich... Kentin! Kentin, so antworten Sie doch. Kentin! Oh ja. Hören Sie mich? Kaum. Reden Sie lauter, Kentin! Ich... Da ist... Ich habe ein Problem im Hassen. Ein großes Problem. Tja, da hat der Bär wohl auch den Detektiv erwischt. Was soll's. Nicht unser Problem, nicht wahr? Ja. Ja, mit dem Traumfänger... Der fängt die Träume wirklich ein. Und mit dem Könnten können wir sozusagen Erinnerungen nochmal abspielen. Aber an einer bestimmten Stelle kommt dann eben die Information, die wir gerade gekriegt haben. Also gegen Ende des Traums. Du musst ihm das... Äh, Automaten sind doch... Sind Automaten nicht dafür dauernd, um uns im richtigen Moment zu helfen? Du musst ihm das Herz öffnen, Kate. Kannst du das? Das würde dabei rauskommen. Nun ja. Ihr werdet ja sehen. Was... Das auf sich hat. Was es damit auf sich hat. So. 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 Also hier hoch. Gehen wir erstmal kurz nach hier hinten. Wieder zur Kurbel. Mal schauen, ob wir hier jetzt etwas machen können. Okay, es bringt immer noch Rhein gar nichts. Das Ding klemmt. Ja, wie alles irgendwie in diesem Spiel klemmt. Okay, hier nach rechts. So. Gehen wir mal hier wieder raus. In Richtung Zug. Die sind uns eigentlich relativ... Sprechen ja eh nicht unsere Sprache, die Herren. Von daher auf zu Oscar. Die sind da hinten stehen. Da. Reden wir mal mit Oscar. Guten Tag, Oscar. Guten Tag, Kate Walker. Ich habe eben mit Hans gesprochen und... Aha. Geht es ihm also besser? Ich weiß nicht. Er hat schreckliche Dinge gesagt. Dass die Automaten geschaffen wurden, um... Also, dass sie eines Tages vielleicht ihr Herz für ihn öffnen werden. Oh... Oscar. Alles in Ordnung? Wir sollten uns daran machen, diesen Zug nach unten zu bringen, Kate Walker. Was meint Hans mit ihr Herz öffnen, Oscar? Alles zu seiner Zeit, Kate Walker. Im Augenblick ist das Wichtigste, dass wir einen Weg finden, den Zug in die Stadt zu fahren. Oscar, ich habe Hans endlich gefunden. Ah, und? Was hat er gesagt? Nichts. Nichts? Aber... Geht es ihm gut? Nein, Oscar. Hans Vorarlberg geht es gar nicht gut. Oscar, wir müssen unbedingt einen Weg finden, Hans wieder auf die Beine zu bringen. Ja, unbedingt, Kate Walker. Oscar, diese Maske stellt für die Yukol eine Art guter Geist dar. Wenn Sie sie aufsetzen, sind die Yukol vielleicht bereit, uns mit dem Seid zu helfen. Ich werde mich lächerlich machen. Das gefällt mir ganz und gar nicht. Kommen Sie schon, Oscar. Weil Sie es sind, Kate Walker. Aber, aber, fürchtet euch nicht, kleine Yukol. Anouk, Metall. Du, du, du. Ja. Gut, die werden uns jetzt wahrscheinlich helfen. Danke, Oscar. Da Oscar jetzt eine Art guter Geist ist. Ja, ja. Bis später. Mensch, die Szene kam noch nicht mal. Aber nur die Gespräche allein darüber machen. Sie deprimieren mich schon voll. Zum Glück reden die hier immer so viel in dem Spiel. Es ist ganz vorteilhaft. Wo sind sie denn hier vorne? Guten Tag. Kuh noch mal. Tuk tut. Mein Freund, Oscar, ist kein böser Geist. Er trägt die Maske des guten Geists. Kuh licht. Tuk tut. Ja, ganz meine Meinung. So sieht er schon viel ungefährlicher aus. Wie Sie sehen, ist Oscar ungefährlich. Also bitte, helfen Sie mich jetzt. Das Seil ist zu schwer für mich. Gane Mook. Gane Mook. Tuk tut. Die helfen. Und eingehakt. So, jetzt müssen wir den Zug reinkriegen. Dafür brauchen wir diese Konstruktion hier. Benutzen. So, die stehen jetzt hier. Standen die schon vorher da? Ich weiß es gerade nicht. So. Die Hebe. Nein, das war nicht. Trinkt uns das denn jetzt hier irgendwas? Nein, bringt uns nichts. Steckt fest. Wie immer. Hat das eigentlich immer noch mit dieser Poppe hier auf sich? Die schleppen wir jetzt auch schon Ewigkeiten mit uns rum. Was haben wir denn hier? Wir gehen mal hier runter. Können wir doch mit dir reden? Nö. Wir gehen mal nach rechts und gucken uns vielleicht mal auf den Schienen etwas genauer um. Vielleicht haben wir da etwas, was uns weiterhilft. Ich glaube zwar nicht, aber... Okay, weiterlaufen. Muss das sein, weil man sieht ja hier, es hängt hier so. Irgendwann vielleicht noch mal mit Oskar. Vielleicht. Could he help us? Oder wie auch immer. Ist früh. Ich habe keine Ahnung von Grammatik gerade. Ach hier, guck mal, hier können wir uns das jetzt noch mal genauer angucken. Ach so, das können wir... Ach so, das können wir jetzt hier spannen. Ach so, das können wir jetzt noch mal genauer angucken.